Die blauen Schuhe Es lebte einmal ein junger Hirt. Der hatte sich eine Frau genommen und nachdem sie einige Zeit zusammen gelebt hatten, wurde die Frau schwanger. Die Frau gab einem Mädchen das Leben und als man es zur Taufe trug, wurde es Irene genannt. In der Nacht nach der Taufe hörte die Mutter Schritte in der Stube und da der Mond schien, konnte sie sehen, dass sich eine Frau mit einem blauen Schleier dem Bett des Kindes näherte und sie sah sie dort etwas hinstellen und wusste nun, dass es die Meura des Kindes sei, die da durch die Stube ging. Und als sie am nächsten Morgen zur Wiege des Kindes ging, sah sie, dass dort ein paar kleine Schülein standen, blau, von tintenblauer Farbe. So war es. Als Irene dann anfing zu laufen, zog ihr die Mutter diese blauen Schuhe an und sie passten, als wären sie eigens für das Mädchen gemacht. Es vergingen die Jahre. Drei Jahre, vier Jahre, sechs Jahre und Irene wurde immer größer. Aber das Seltsame war, dass auch die Schuhe, die blauen Schuhe, mit ihr mitwuchsen und ihr immer passten. Sie trugen sich nicht ab und zerrissen nicht. Das Leder war immer wie neu. Freilich, das Mädchen zog die Schuhe nur am Sonntag an. Unter der Woche brauchte es keine Schuhe. Es vergingen die Jahre. Zehn Jahre, zwölf Jahre, vierzehn Jahre und Irene war nun schon erwachsen. Zu einem hübschen jungen Weib war sie geworden. Es fehlte ihr nicht an Liebhabern, aber sie wies alle ab, bis sie eines Tages einen jungen Hirten kennenlernte. Einen jungen Burschen. Der Illi hieß. Und den hat sie dann geheiratet. Ja, so war es. Die beiden jungen Leute hätten die glücklichsten der Welt sein können. Aber sie litten darunter, dass sie viele Tage im Jahr getrennt leben mussten, weil Illi mit seinen Herden oft unterwegs war. Und als Irene wieder einmal allein daheimweilte, kam einer ihrer früheren Bewerber. Er ging in ihr Haus hinein und sagte, Irene, früher hast du nichts von mir wissen wollen. Wie steht es jetzt damit? Ich, sagte Irene, ich habe früher nichts von dir gewollt und ich will auch heute nichts von dir. So sagt sie. Aber der Bursche gibt nicht nach. Er sagt, ach, Irene, wenn du doch nicht so dumm wärst. Wir könnten uns gern liebhaben. Aber du weißt jetzt, dass ich verheiratet bin, sagte Irene. Nun, was macht das schon, sagte der Bursche. Dein Mann braucht es ja nicht zu wissen und dein Schaden sollte es nicht sein. Schau, wie viel Geld ich dir geben würde. Und damit hält er ihr einen Beutel voll Geld hin. Scher dich zum Teufel mit deinem Geld, sagte Irene. Ich werde es dem Illi sagen, wie du mir nachstellst und was du mir angetragen hast. Da wird der Bursche sehr zornig. Was? Du willst mir mit Illi drohen? Da musst du erst einmal sehen, dass du ihm alles erzählen kannst. Ich werde es dir schon besorgen. Ja, so war es. Der Bursche aber geht hin. Er lauert zusammen mit einem anderen, dem Illi, auf. Sticht ihn mit einem Messer nieder, während der andere ihn festhält. So verblutet Illi bei seiner Herde. Und dort verscharren die beiden den Illi. Dann nehmen sie seine Herde und treiben sie weg. Irene aber wartet und wartet. Alle anderen Herden kommen heim. Aber Illi und seine Herde sind nicht dabei. Und da geht sie herum und sie fragt hier und sie fragt dort. Habt ihr meinen Mann nicht gesehen? Nein, wir haben ihn nicht gesehen. Habt ihr den Illi nicht gesehen? Nein, wir haben ihn nicht gesehen. Nur ein alter Herz sagt. Im Gebirge habe ich ihn zuletzt gesehen. Er muss dort oben geblieben sein. Ja, so war es. In der Nacht aber hatte Irene einen Traum. Ihr träumte eine Frau. Blau gewandet käme in ihre Stube. Stelle sich vor ihr Lager und spreche. Irene, ziehe morgen deine blauen Schuhe an und geh dorthin, wohin dich deine blauen Schuhe tragen. Am nächsten Tag zieht Irene ihre blauen Schuhe an und kaum hat sie diese an den Füßen, da spürt sie den Drang zu laufen. Und sie geht und sie geht. Sie geht immer weiter ins Gebirge hinauf und am Abend ist sie dort, wo die Herde des Illi gewesen war. Und sie findet dort ein kleines Grab. Und als sie zum Grabe hingeht, kommt aus den Büschen heraus eine blau gekleidete Frau. Irene sagt sie, dein Mann Illi schickt mich zu dir. Und wo ist er, fragt Irene. Er wohnt jetzt in einem anderen Land unter der Erde. Und kannst du mich nicht dorthin zu ihm führen? Freilich kann ich das, wenn du es willst. Ja, dort wo mein Mann ist, möchte auch ich sein. Du hast Glück, dass du deine blauen Schuhe anhast, sagte die Meura. Hättest du sie nicht angezogen, könnte ich dich nicht führen. Und dann hat sie Irene mit sich genommen. In eine Höhle sind sie gegangen, deren Öffnung sich hinter ihnen geschlossen hat. Und so ist sie wieder zu ihrem Mann gekommen. Mehr weiß ich nicht.